Die Battlefield-Spiele bekommen in Zukunft eine gemeinsame Benutzeroberfläche. Es sieht düster aus um den Nachfolger von L.A. Noire und Destiny Spieler auf 360 und PS3 dürfen in Zukunft nicht mehr bei den regelmäßigen PvP-Events mitspielen. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. Battlefield 1, Battlefield 4 und Battlefield Hardline werden in Zukunft eine gemeinsame Battlefield-Benutzeroberfläche bekommen. Das steht so im aktuellen Battlefield-Blog und der Entwickler DICE erklärt, dass man in Zukunft in allen aktuellen Battlefield-Spielen mit dieser neuen Benutzeroberfläche schon vor Partiebeginn Squads bilden kann und außerdem eine neue Empfehlungs-Engine verwenden kann, die jedem Spieler individuell einen besonders geeigneten Spielmodus und eine besonders geeignete Karte empfehlen soll. Das klingt alles ziemlich wischiwaschi, man weiß also momentan nicht, was das genau ist, ob es sich darum um eine Webseite handelt wie das aktuelle Battlelog oder das Ganze eher so ein Client ist wie Origin oder Steam, in dem alle Battlefield-Spiele zusammengefasst sind. Das Ganze soll aber nicht erst mit Battlefield 1 ins Rollen kommen, sondern soll in den nächsten Wochen schon mit Battlefield 4 ausprobiert werden. Ausgewählte Battlefield-4-Spieler können also diese neue Benutzeroberfläche schon testen und dann zum Launch von Battlefield 1 soll es die für alle Battlefield-Spiele geben. Zum Launch von Battlefield 1 möchte DICE einen Fehler nicht wiederholen und zwar die niedrige Tickrate bei den Servern, so sollen die Server von Battlefield 1 schon zum Launch eine 60-Hertz-Tickrate haben. Damit solche Szenen nur noch an eurem Whacken-Skill liegen. Die Entwickler von L.A. Noire arbeiten seit einigen Jahren an dessen Nachfolger im Geiste, dem Spiel Whore of the Orient. Und um dieses Spiel sieht es sehr, sehr düster aus. Das erklärt jetzt der Produzent Derrick Prout von der Firma KMM im Podcast Gamehugs und er sagt, dass er nicht glaubt, dass das Spiel noch jemals erscheinen wird. Er zeichnet so ein bisschen nach, wie die Entwicklung gelaufen ist. Nämlich, dass nach dem Release von L.A. Noire der Entwickler Team Bondi in finanzielle Nöte gekommen ist. Dann hat seine Firma KMM das Team übernommen, hat dann 2013 da nochmal eine Finanzspritze zugeschossen. Aber auch das hat nicht wirklich geholfen. Dann sind einige Mitarbeiter von Team Bondi direkt zu KMM gewechselt und so ist das Team immer weiter auseinandergebrochen. Whore of the Orient sollte eigentlich ein Open-World-Krimi-Abenteuer im Shanghai der 1930er Jahre sein. Und da kommt auch der Titel her, denn dieses Whore of the Orient ist der Spitzname für die Stadt Shanghai. Ihr merkt aber schon, Open-World-Krimi-Abenteuer mit der Technik von L.A. Noire, also diesen Gesichtseinscan-Feature, das ist was kostspieliges. Und wenn das Team schon in solchen finanziellen Nöten ist, ist es eher unwahrscheinlich, dass das nochmal erscheinen wird. Geplant war ursprünglich, dass es schon 2015 für PC und Konsolen kommt. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer, denn momentan gibt es nur diese Aussage von Derek Prout, dass das Spiel nicht mehr erscheinen wird. Eine offizielle Einstellung, also ein offizielles Statement dazu, das gibt es bislang noch nicht. Es brechen raue Zeiten für Destiny-Spieler auf Xbox 360 und PS3 an. Denn nicht nur bekommen die Spieler auf den alten Konsolen die nächste Erweiterung Rise of Iron nicht, jetzt hat Bungie auch erklärt, dass die in Zukunft von den regelmäßigen PvP-Events Trials of Osiris und Iron Banner ausgesperrt werden. Wer also sich nicht entscheidet, auf die neue Konsole abzugraden, also die PS4 oder die Xbox One, der kann in Zukunft auch bei Live-Events nicht mehr teilhaben, also sowas wie die Sparrow Racing League oder das Festival of the Lost. Wer trotzdem weiter auf der alten Konsole spielt, kann aber trotzdem noch einige Aktivitäten in Destiny spielen, als da wären heroische Missionen und Strikes, tägliche und wöchentliche Crucible-Challenges, Raids- und Boss-Herausforderungen, sowie das Gefängnis der Alten- und Waffenhändler-Quests. Das war's für heute mit den News, wir sehen uns dann morgen zur nächsten Ausgabe wieder, bis dahin, weiterspielen!